haa ok hallehalleit Willkommen zu einer neuen Folge Skywars der nette Typ hier hat mich gerade ich bin gerade eben einfach nur auf die Server gekommen, der Typ hat mich in eine Party eingeladen ich hab einfach mal einfach mal ja gesagt warum nicht ne wir werden immer GMPs, sehr nett und hier bin ich wieder ich konnte eben nur die letzte Runde wo ich gekickt jetzt bin ich auf jeden Fall hier und ich kann los spielen da äh Kiste da ist jetzt nicht der beste Star für mich kann das sein äh ja es gab was muss ich sagen ich bemühe mich hier immer aber ich bin nicht der allerbeste drin äh Kiste du da da nice stopp, 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 stopp ok ich hab ne Dings ich bin zacker also kann ich die ganzen Dias hier nehmen das ist geil weil DS kann man nur mal gebrauch halten 10 Sekunden sind noch Schutzzeit ok bitte sagt nicht dass wir jetzt irgendwie durchgerusht werden oder so weil ich kenne das aus Skywars da einfach dann ne grad noch irgendwie am machen bist und auf einmal kommt ihr neben und zack ist sie tot so schnell geht das hier ja ich will die Dias haben ich baue viel zu lang Dias abwetten jetzt kommt einer da oben ist einer aber das ist mein Team Maid sein äh das ist mein Team Maid ja ich glaub schon 15 Dias was mach ich mit den ganzen 15 Dias äh äh ich glaub ich hab schon Schwerzling macht jetzt ne Rose würd ich sagen dann hab ich noch einen Dias übrig Protection Schuhe hab ich nen Helm ja ich hab wie so ein Leder ich kann noch ein Eisenhelm machen äh ein Eisenhelm das ist mein Team Maid ich hab keine Ahnung ich hab das 1 das ist 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 alles okay noch ist alles gut aber leider nur noch Lücke so ich hab alles okay gehen wir auf Angriff los just do it die könnte st lineup haben hätte ich heige Tesla Partavie okay Ach ja. Der will sich auch von, oder? Ne, der Typ. Sehr nett. Okay, okay. Ich kann eigentlich auf den Weg von meinem Teammate gehen, aber brauche ich meinen eigenen Weg. Ich brauche mir meinen eigenen Weg. Ich bin ein Rebell! Geh rein, ich geh rein. Ich bin ein Ruckfeld. G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G. Wo, wo es entnäß der Typ? Verlebt! Verlebt! Jart in einem Herzen, Scheiße! Nein Was macht mein Teammate Okay er ist auch tot Wir sehen sie in der nächsten Runde Und da sind Ja ich mit einem komischen Teammate Der mir einfach mal so eine Anfrage geschickt hat Aber warum nicht der Typ ist Ich wurde gekickt Nächste Runde Spaß vor der Aufnahme Vor der Aufnahme Vor der Aufnahme Spaß vor der Aufnahme Auch wenn die ganze Zeit schon aufnehmen Und immer etwas cutten und cutten und cutten muss Spaß vor der Aufnahme Ich mein Spaß vor der Runde Dann zeig ich nämlich mehr Sinn Mehr Sinn macht immer mehr Sinn Mehr Sinn ist gut Denn ich wurde schon wieder gekickt Letzt mich doch alle Ich war der Typ ist ein Gundam reingang Gundam Okay Dann spielen wir halt jetzt Gundam 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 Jaja Gundam eigentlich Ähm Oh ja Ich hau dich Du Popo Oh yeah Ich hau dich Achso der Schutzbereich Oh Ich glaube ich kann nicht in Wasser gehen Ups Und ist das eine komische Aufnahme Hier die ganze Zeit Cutten und Cutten Und noch mehr Cutten Also schneiden halt Und jetzt irgendwie Gundam auf einmal Ja ich habe den komischen Typ in der Party Okay da kommt einer Scheiß Ich glaube ich mir was mir gefallen oder so Verdammt Verdammt Wie lange geht Gundam eigentlich Gundam Ich bin der ganze Zeit Gundam 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 Wenn geht sowas eigentlich ist das irgendwie Ich hab keine Ahnung Wie lange geht Gundam Ich bin der Nidia Hoia Kakao Scheiße Ich bin doch wieder tot Geil Alter richtig geil Alter Komm noch weg Okay Ich verkehlau Was ist Spott? 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 Okay ich habe so gelegt Und ich geh� in die große Crabbe Kette Crabbe Pizza Auch Kette Crabbe Kette Crabbe Pizza ist die Pizza Kette Crabbe Pizza Kette Ich und Mich Kette Crabbe He is die Pizzera fn Mic 8 Karte Karpita die Koppel-Koppel-Mini-Spielparty nicht das Video vielleicht nicht die Partie ich hab ein Gold abfragen, hier alle, ein Gold abfragen die Antibogen GmbH GmbH, Coca-G und noch mehr BH-S Hoia Party! Hoia Party! Ich bin ein Ninja mit der großen Grabe Pizza! Der ist ein Mensch! Oh Gott! Ich hab den Kampf gewonnen! Oh yeah! Am sexy meinstack, oh yeah! War so ein Spaß gerade! Das tut es auf jeden Fall nett! D-D-D-D-D-D Brauchst! Karpi Pitta! FC Pitta! Sollte ich und meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Wie feil hat ihr eigentlich? Genug! Sechst und fünf Sekunden! Geil! 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 Okay ich hab wieder alle! Okay! Just do! Just do! Just do! Just do! Just! Do! Do! Just do! Just do! 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 Oh ich bin voll der PvP Profi! die sind die anscheinend ja gar nicht ich bin der Folge in Tattel und ging kann ich auch sonst auch so gut sein hier gibt es weg ja mal ist das Lobby glaube ich oder er hat auch die totale Schrott Video heute egal bleibt dabei Tja Leute ich hoffe das Video hat euch gefallen aber das ist ganz viel ihr wolltet wie viel Sky Wars Gun Game und Player vs Player vs. PvP durcheinander alles komplett durchschnittlich muss tausend mal cutten ich hoffe euch hat das Video gefallen wenn ja dann lasst dann einen Daumen nach oben da und ein Abo wenn ihr keine Videos von dieser bescheuerten Art mehr verpasst wollt bis nächstes Mal und Tschüss